Aus der Welt, auf der ich wohne, lebe und webe, höre und sehe, empfinde, denke und mancherlei schon erlebt habe. Schaff unser Gepäck auf das Zimmer, dass man die für mich anweisen wird. Da ihr abspringt, weiß ich, woran ich bin. Das soll alles zum Besten besorgt werden. Jetzt macht, dass ihr zu dem Alten kommt und zum Fräulein. Der alte Baron war ein guter, froher Mann, schon hoch in die Jahre, mit mancherlei körperlichen Leiden geplagt, aber dennoch nicht mürrisch. Er war freigiebig, gesprächig und gutwillig. Lodovicos Bravour zu belohnen, fand er leicht Mittel. Er schenkte ihm eine Börse mit Dukaten. Aber wie er seinen Gast, den er nur als Ritter de la Cintra kannte, belohnen sollte, ohne seine Delikatesse zu beleidigen, das verursachte ihm viel Kopfbrechens. Rinaldo lebte nicht so unbefangen bei dem Baron, wie er auf dem Schloss der Gräfin Dianora gelebt hatte. Er stellte Betrachtungen über seine Lage an und fand in diesen Reflexionen mancherlei Veranlassungen, seinen Aufenthalt abzukürzen. Wozu kann es gut sein, länger auf dem Schloss zu bleiben? Welchen Nutzen kann es bringen? Wie kannst du dich mit falschen Hoffnungen täuschen? Laurens Hand kannst du nie erhalten. Und gesetzt, du hättest sie auch als Ritter erschlichen. Jetzt können wir die Sohn und die Verorde